Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen ASMR Video. Heute war es ASMR auf Deutsch. Let's go! Hier haben wir eine Glühbirne. Eine Glühbirne. Ich bin ein Trigger. Ich bin ein Trigger. Ich bin ein Trigger. Hier haben wir einen Trigger, den ich erst gekauft habe. Ich finde das ist ein echt guter Trigger. Ich finde das sehr gut. Meine Stimme hört sich irgendwie komisch an. Übrigens Leute, vielleicht wisst ihr es schon, aber ich habe hier eine Patreon Seite. Auf dieser Seite könnt ihr Mitglied meines Kanals werden. Es startet dann bei 1 Euro im Monat. Und geht dann hoch bis zu 6 Euro im Monat. Da habt ihr Zugriff auf ex... Da habt ihr Zugriff auf exklusive Videos. Wie meine Outtakes. Oder OMTV Videos und so. Guckt euch das sehr gerne mal an. Ihr müsst auch nichts kaufen, einfach nur mal vorbeigucken. Aber ihr würdet mich sehr sehr unterstützen, wenn ihr da etwas kauft. Die Patreon Seite ist der erste Link in der Beschreibung. Und dann geht es um die Karte. Die Karte ist der erste Link in der Beschreibung. Die Karte ist der erste Link in der Beschreibung. Die Karte ist der erste Link in der Beschreibung. нибудьate. Ähのでhrefen Böhm. Äh ... Story. Aber sie erlingt, um die Sieger bis zur preguntas. Aber ihr müsst ihr eineтуhe von oben an. Also irgendwann 관�rat verklag gemacht werden. validating die Karte ist der erste Link in der Beschreibung. Normalerweise hört sich das Spitzen nicht so gut an, aber jetzt... ...auf meiner Patreon-Seite kommen ungefähr so jeden zweiten Tag neue Videos. Aber nicht wundern, wenn mal ein Tag, wenn mal zwei Tage kein neues Video kommt. Ich muss halt auch noch für den Kanal hier Videos machen und das wird dann viel Arbeit. Also zu viel Arbeit. Falls ihr euch fragt, warum ich dieses Video auf Deutsch hier mache. Ich hab geguckt, ich glaube 17% oder 18% der Zuschauer kommen aus Deutschland. Und ich weiß nicht, ob Amerika davor ist oder dahinter. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich knapp zwischen Amerika und Deutschland. yachten. Da. 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 Entspannen, entspannt, schlaft rein, entspannt euch, entspannt euch. Entschuldigung, das war ein bisschen laut, man hört mich jetzt, okay, jetzt kämmen wir dich ein bisschen, deine Haare sind ja ziemlich, ziemlich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, okay, lass uns deine Haare ein bisschen kennen, wie willst du die Haare haben? Side-Traddle? Okay, mache ich dir, mache ich dir, mache ich dir, okay, nach links und nach rechts, alles gut, super, so, oh, das ist ein paar, da ist etwas, darf ich das aus deiner Hand kurz auch rausholen? Okay. Tch, 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 t Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall wie besser aus. Hört ihr mal an, ich habe so einen Go-Trigger hier bewertet, das ist mal okay, von 1 bis 10. Hier. Das hört sich sehr gut an. Wenn ihr bei meiner Seite Mitglied werden würdet, würde es mich sehr, sehr freuen. Vielleicht kommt heute da auch noch ein Video und guckt euch die Seite mal an. Da ist zum Beispiel, ihr werdet nach dem Video und in der Videobeschreibung auch mit Link zu eurem Kanal verlinkt. Dann habt ihr noch Zugriff auf exklusive Videos. Guckt euch das sehr gerne mal an, somit würdet ihr mir und dem Kanal richtig helfen. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Guckt, 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 guckt. Vielen Dank für die vier Leute. Okay, danke an die vier Leute, die bei mir auf meinem Kanal schon Mitglied sind, okay? Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.